Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen Infovideo. Tut mir leid, dass letzte Woche nichts kam. Ich habe es leider nicht geschafft, irgendein Video zu schneiden oder hochzuladen. Diese Woche, also ich habe ziemlich viel Minecraft aufgenommen. Diese Woche wird wahrscheinlich nur Minecraft kommen, da Fallout immer wieder abstürzt. Und ich habe schon im Internet nachgeschaut und keiner weiß genau, woran es liegt. Beziehungsweise was man dagegen tun kann. Das heißt, Fallout wird vorerst stoppen. Dafür wird jetzt Minecraft Singleplayer kommen. Ich habe folgenden Uploadplan. Ich werde morgen und Freitag jeweils eine Folge Minecraft Singleplayer hochladen. Dienstag kommt Minecraft Free. Donnerstag schaue ich, dass ich auch noch eine Minecraft Free Folge aufnehme. Bis Donnerstag und Mittwoch kommen ab jetzt immer Special Videos. Ja, das war es eigentlich auch schon mit diesem Infovideo. Genau. Tschüssi!